Hallöchen und herzlich willkommen! Heute zu keinem Let's Play, sondern zu einem kurzen Infovideo. Und zwar es geht um Halloween. Wie ihr alle wisst, am 31.10., also kommenden Mittwoch, ist Halloween. Und da habe ich mir gedacht, da wir ja über das Forum einen Teamspeak laufen haben, könnte ich ja eine Halloween Party veranstalten. Und zwar circa ab 23 Uhr, da ich leider nicht früher nach Hause komme und dann eben erst ab 23 Uhr Zeit habe. In unserem Forum habe ich eben ein Thema dazu erstellt. Da könnt ihr gerne drauf posten, ob ihr teilnehmen wollt oder nicht. Und Musikwünsche posten und ihr könnt mich dann auch fragen zu meinen Videos und ja, über alles können wir da diskutieren und reden. Und ja, die Teamspeak-Adresse findet ihr in unserem Forum, da es vom Administrator her nicht erlaubt ist, dass wir diese freigeben. Deswegen müsst ihr euch anmelden und die bekommt ihr dann im Forum. Ja, also ich hoffe, dass viele teilnehmen. Wie gesagt, ihr könnt eben Musikwünsche posten oder einfach, wenn ihr irgendeine Musik dazu kennt, die euch einfällt, einfach posten. Ich werde schauen, dass ich die bekomme, dass ich die dann einspielen kann im Musikboard im Teamspeak. Ja, überlegt euch vielleicht ein paar Themen, über die man reden kann. Und bitte, entweder bedankt euch auf den Beitrag, dass ich weiß, dass ihr teilnehmt oder schreibt mir in YouTube oder einfach auf den Beitrag oder schreibt mir eine BN oder wo auch immer. Gut, das war's dann. Und ja, bis dann. Gut, das war's dann.